Wrecked Games. Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Live-Let's Play von Bumm Simulator. So wird unsere Zukunft bald aussehen und ja, ich wollte das einfach mal ausprobieren, weil das jetzt auch endlich mal aus der Early-Access-Phase raus ist. Hier, ich habe schon in Einstellung ein bisschen jetzt in der Zeit, wo der Ladescreen war für euch hier, ein bisschen umgestellt, auf Deutsch gestellt und ich würde sagen, wir starten mal jetzt ein neues Spiel. Normal, du verlierst mit normaler Geschwindigkeit Gesundheit, wenn deine Bedürfnisleisten leer sind. Deine Bedürfnisleisten werden mit normaler Geschwindigkeit entleert. Feinde verursachen normalen Schaden, du verursachst normalen Schaden, feindliche Penner überfallen in kleiner Zahl deine Basis. Belieblich, du verlierst keine Gesundheit, wenn deine Bedürfnisleisten leer sind. Deine Bedürfnisleisten werden langsamer entleert, Feinde verursachen weniger Schaden, du verursachst mehr Schaden. Ja, das glaube ich ja nicht. Dann bleiben wir bei normalen. Und ja, probieren wir mal aus. Den Boom Simulator. Da bin ich jetzt gespannt, wie das dann gleich aussehen wird. Die Musik finde ich auch schon super. Eventuell müsste ich gleich mal vielleicht die Facecam irgendwo anders hinpacken. So da, wo es weniger stört. So. Achso, okay. Evil Way. Alles klar. Super. Ah, okay. Ah, moin Pascal. Ähm, ja, ich mach, äh, heute bis 22 Uhr wahrscheinlich. So pi mal da. Aber ich zocke heute mal das hier. Ähm, ja, ich wollte jetzt... Um zu überleben, musst du deine Umgebung nach Essen, Trinken und Schrott durchsuchen. Das wird unsere dystopische, äh, Zukunft. Ähm, ob ich danach noch was vorhabe, weiß ich jetzt erstmal nicht. Wir werden W, H, S, D. Wir werden E, um mit hervorragenden Objekten zu interagieren. Okay. Ah, lecker. Also, verbrauchen. Das wird unsere dystopische Zukunft, auf jeden Fall. Okay, um anzugreifen. Hier, guck mal. Kann ich? Okay, kann ich nicht? Oh, lecker, geil. Halb aufgegessener Absicht. Boah, ich finde das jetzt schon super, das Spiel. Ja, komm, wir folgen mal dem Einkaufswagen. Ja, okay. Ah, okay, so geht das. In Karl kannst du gegen deine Auferbahn, er ist dein mobiles Inventar. Ah, nice. Und das ist bisher unsere Basis. Okay, wir folgen mal Karl. Okay, wir haben, ja, okay, nichts. Ja, bitte. Ich finde das Game jetzt schon super. Da haben wir, was ist das? Orangensaft. Eins nehmen. Und ein... Ne, hier, Hotdog. Müssen wir auch nochmal essen. Okay, Pal, if we want to get my body back and your brain, then we need your special powers. Nur so zu helfen? Wie hilft uns, dass das Gehirn ist weg? Yep, your pigeon coop is broken, though. I bet the bugs stole the birds while we were being experimented on by evil way. The bugs, one of the two bum gangs, who rule this city. We're the creeps, they're the bugs. And what do we do with bugs? Squash them, that's what. Ah, okay, zwei Penner-Gangs haben wir hier. Okay. Äh, fahre mit Karl. Das ist die komplette Map. Okay, es gibt schon einiges. So. Wenn du dich verlaufen hast, verwende er um die komplette Karte. Es ist eine einfache Route. Just push me where I tell you. Okay, Pal? Ja, okay, wir fahren. So, die Missionsmarkierung gelb auf dem Kompass zeigt dir an, wo sich dein nächstes Ziel befindet. This spy is a nasty fellow selling out his friends and still being able to look them straight in the eyes. Those stupid little bug eyes. I tell you, I tell you, the bugs are the lowest form of life. We creeps would never sell out our friends, right, Al? Eingepennt, was? Eingepennt, was? Was war jetzt die Aufgabe, hä? Okay, da hin. Also, wir mussten da nicht hin. This spy is a nasty fellow selling out his friends and still being able to look them straight in the eyes. Those stupid little bug eyes. I tell you, the bugs are the lowest form of life. We creeps would never sell out our friends, right, Al? Now keep pushing! Ja, ich fahre einfach mal mit dem Einkaufswagen mitten auf der Straße, finde ich jetzt schon geil. So, und dann wahrscheinlich da rein, ne? So, verfügbare Aufgaben sind in Buchstaben auf deiner Karte markiert. So, betritt die festgelegte Gegend, um mit der Aufgabe zu beginnen. Hauptaufgaben sind mit einem C für Karl markiert. Straßenleben beendet. Okay, komm, wir machen mal die erste Quest. Okay, komm, wir machen mal die andere Seite. Ich werde das gleiche machen. Convenient. So, ich kann das Gespräch ohne dich auszuladen. Was? Nichts. Wir gehen jetzt zum Business. Ich brauche ein paar Info. Ich weiß, warum du nicht. Du hast die Pigeon in der Stadt verbringst. Ich weiß, wo sie einen von ihnen verbringst. Aber es wird dir ein bisschen wertvolles Geld. Wie man Leute belästigt, um an Geld zu kommen. Super. Begging. Ich finde, das wäre schon super. Okay, wie mache ich das? Halte Tab gedrückt, um die Fähigkeitsmenü zu öffnen und wähle Battlen, um deinen Battle-Modus zu öffnen oder zu schließen. So, Battlen. Gut, Zeit, um die Leute zu wissen, dass du etwas Geld brauchst, indem du eine Messung auf der Karte schreibe. So, okay, was machen wir? Ich habe eine Idee. Und dann hier nochmal ein Herzchen. Ja, das nehmen wir. Ergebnis D+. Hey, nicht schlecht. Du solltest deinen Punkt übernommen. Jetzt schaue deinen Kuss in front of some Fähigkeiten, um die Atenung zu bekommen. Und Geld, wenn du Glück bist. So. Da haben wir schon mal einen. Hier, gute Glück. Nice. 62 Cent? Ey, okay, für 62 Cent gibt es keinen Kuss. Na, haben wir hier noch welche. Ja, gut. Hallo. Jo. Nice, 90 Cent haben wir schon verdient. Every bit helps, right? So, 1,83. Komm, wir versuchen den hier nochmal. Okay, jetzt hat er auf einmal Geld. Don't drink it away. Okay. Ja, versaufen habe ich nicht vor. Die wollen alle den Kuss nicht haben, ne? Mal gucken, wer uns einen Dollar gibt. Hier, gute Glück. Der, nur 32 Cent. Schade. Hier, was ist mit dem hier? Don't force me to throw you out of here. Don't try anything funny. Okay, schade. Wie viel haben wir jetzt bekommen? 2,90 Cent. Die 18 waren ihr jetzt nicht wert? Yeah. Okay, dann nicht. So, ihr... Da, der sieht aus, als hätte er Geld. 64 Cent? Yo, wir können ihn mehrmals sogar machen. Nice. Ich hoffe, das hilft. So, was mit ihm? Ja, okay. Können wir hier nicht. Hier, die. Komm. Ja, gut, dann nicht. Wie sieht es mit ihr aus? Hier, du hast doch bestimmt mehr. Doch nicht? 6 Dollar haben wir schon verdient insgesamt. Hier sind noch mehr Menschen. Okay, die, die sitzen, können wir nicht belästigen. So, hier, den Geld auch belästigen. Komm schon. Dann nicht. Ah, die bringen Kuss, okay. 1 Dollar, 1 Kuss, ja. Wie, was mit ihm? Die hat uns über 1 Dollar gegeben. Fast sogar 2. So, was mit ihm? Komm, ein bisschen brauchen wir. Dann nicht. Komm, nochmal. Vielleicht hat er jetzt Geld. Ja, jetzt hat er Geld, hä? So, ein bisschen fehlt uns noch. Dann haben wir die 10 Dollar. Beisammen. Krieg dir selbst etwas, um zu essen. Ja, hier, die. Sorry. Hier, gute Glück. Ah, jetzt gibt sie mir? Okay. Die sind sicher... Ah. Ah. Ja, komm, wir fahren dann. Mit dem Einkaufswagen darüber. Ähm. Hier laufen schon viele Polizisten rum. So, dann hier nochmal hin. Dann wechseln wir wieder hier auf Boxen. Okay. Okay, Vogel, genau. Hier. Ah, hier. Okay, zeig den, wie kann ich das machen. Achso. Was? Okay, das ist Gabriel von Gai. Oh, ähm. So, wir haben unsere Taube schon mal wieder. Zur Taubenfrau müssen wir jetzt? Was will der jetzt? Äh. Mit der Traubenfähigkeit hier? Ich kann meine Taube upgraden. Ja, wir wechseln wieder aufs Bocken, äh, Boxen. Wir bringen die Taube zur Taubenfrau. Ach komm, wir fahren mal auf die Straße. Klasse. Oh, Ostau ist leer? Okay. So, wir müssen auch bald wieder essen und trinken. So. Uh oh. It seems we aren't the only ones paying a visit to the Pigeon lady. Shade. I can't believe she kicked us out. Oh, sure. She pulled by the crazy old man. Bugs for life. It's you. How did you? Never mind. Bugs. Swarm him and take him out. Watch out. Big Bugs sure know how to pack a punch. Um. Come. Um. Take that. Uh. 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 You're gonna regret that. Uh. Pick a pot. Wäre ich hier noch? Ah. Yo. Nice. Und Level 2. Können wir die durchsuchen? Ah so. Nee. Ich kann die nicht durchsuchen, äh, loopen, durchsuchen. Ok. Dann gehen wir jetzt mal zur Bugfrau. Eine Zauberfrau, Entschuldigung. Geh an, ich stehe auf der Lookout, in case mehr Bugs entstehen. Besonders, sie ist viel zu blöd. Ich meine, viel zu spirituell für meine Zauberfrau. Ja, okay, wir gehen mal rein. Das ist ja wirklich eine ... Okay, bei diesem Spiel braucht man eh nichts Normales erwarten. Long time no see, friend. Meine Pigeon haben mir bereits gesagt, was diese Peskybugs getan haben. Lass mich an die Zauberfrau schauen. Oh, was eine entschuldige Sicht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cringe, das Game. Muss ich ehrlich sagen. Okay. Okay. Ah, okay. Hier kann ich meine Tauben customisen. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds, free of charge. For all times sake. Bandit Vogelkäfig. Und hier, die fieses Taube in Bumsville. DJ Kostüm, Lord Kostüm, Gangster Kostüm, Penner Kostüm, Rot Bunny Kostüm, Flieger Kostüm, Soldaten Kostüm. Was haben wir hier noch? Pflanzen diesen Samen in einen Topf ein, um Äpfel zu züchten. So, was ist hier? Aktuelles Kostüm. Ah, okay. Die sind alle noch gesperrt. Ich würde das hier wohl eher nehmen. Aber können wir ja noch nicht. Dafür bräuchten wir 20 Federn. Keine Ahnung, wo ich die Federn herhole. Finden wir noch heraus. So, jetzt. Ah, genau. Hier haben wir einen Mülleimer. Das heißt, wir können... Wo ist der Brot hin? Da. Erstmal was essen und trinken. So, und wir suchen uns dann irgendwas irgendwo. Du hast nicht zugewiesene Talentpunkte. Wir haben Talentpunkte. Überleben. Erhöht die maximale Gesundheit. Jetzt würde ich erstmal das hier machen. Können wir hier alles. Ressourcen. Basenbau. Kampf. Klebeband. Ertragreiche Ernten. Bastler. Alleskönner. Besseres Wechsel. König der Creeps. Ja, es ist auf jeden Fall creepy hier. Stark Lungen. Erhöht deine maximale Ausdauer. Eisenbahn. Verbrauchsgegenstände. Stillen. Mehr Durst und Hunger. Das ist super. Hunger und Durstleiste werden langsam erklärt. Ah, das hätten wir machen können. Das hätten wir machen sollen. Das machen wir als nächstes. Was haben wir denn da? Er. Erzählt das jetzt als Vandalismus? Reicher Mann. Ja, genau. Und du bist hel... Meiner. Erren. Erh. 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 Das ist richtig. Erh. 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 Ja, okay. Ich finde das jetzt schon super. Okay. Pinkele-Anzugträge an. Wie konnten wir nochmal pinkeln? So. Mit F war das. Okay, blau auf der Karte sind wahrscheinlich die Polizisten. Oh Gott, diese Stadt hat hier runtergezogen. Hä? Was ist da passiert? Hier? So, da haben wir noch einen. Oh nein, nicht diese Scheiße wieder. Äh, da sind wieder Polizisten. Und hier noch einen. Achso, zäh... So, wir brauchen noch mehr Anzugträger. Zeit läuft uns davon. Die zählt nicht als Anzugträger. Auch kein Anzugträger. Da ist ein Anzugträger. Ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen, wie bist du? Du möchtest Gold? Wie ist denn ein Goldschäger? Ähm, jetzt haben wir ein Fahndungslevel. Super. Ähm. Nee, bitte nicht. Ähm. Wir brauchen einen Anzugträger. Leute im Anzug. Zählen die auch als Leute im Anzug? Es ist... Es ist auf jeden Fall nur Uniform. Da ist jemand im Anzug. Beziehungsweise im Hemd. So, wo ist der nächste im Anzug? So, ach, noch ein Polizist. Hier ist sonst keiner im Anzug mehr. Ich glaube, die Quest werden wir verkacken. So, da ist einer. Und da ist noch einer. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Autsch. Nein. Ähm... Ja, ruft hier ruhig. Habe kein Problem mit. Die sind eh schon hinter mir, ja. Ähm. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Wir brauchen Leute im Anzug. Da ist wieder einer. Da ist wieder einer, da hinten, komm Und da ist noch einer Sogar zwei, ja wir schaffen das Und jetzt schnell die Polizei los, wenn 25 Dollar haben wir verdient Jetzt schnell hier weg, wo ist dein Einkaufswagen? Da ist Karl Ne, außen weg, aua nein Eingepennt Okay, wir haben jetzt ein paar Dollar verloren, wir sind bei der Polizei So, und wo haben wir die Basis? Äh, Pfanne? Eigenerwicklung, äh, hier, äh, Tagebuch Geschmacklose zur Schaustellung haben wir geschafft Federn, 0 Basen, 1 von 5 Ah, okay So, jetzt will ich aber So, was können wir alles machen Hier haben wir eine Basis Ähm Wenn ich wüsste, wie ich jetzt Da hinkomme, also Es ist markiert, aber Irgendwie auch nicht Ja, da vorne müsste es sein Genau, da ist die Sprung So, und hier sind wir Du hast nicht so gewisse Talentpunkte Ich habe wieder Talentpunkte Ah, Stufe 3 Ja, dann machen wir das Und eine Taube haben wir schon mal Ist wahrscheinlich B bauen Nö Was ist das? Dollar-Symbol da vorne? Wahrscheinlich hier oben, ne? Bauen Shop Wolltest du verwenden oder verkaufen? Bequemes Bett Geld leer Ich könnte hier nur ein bequemes Bett holen, aber Ich will jetzt irgendwie schauen, was ich noch machen könnte Nio Was gibt's denn hier noch? Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020